Hallo zusammen! Polly hier! Willkommen zurück zu meinem Vlog! Heute habe ich ein super cooles Basteltutorial für euch! Ich bin schon gespannt! Seid ihr dabei? Ich zeige euch, wie ihr selbstgemachte Freundschaftsarmbänder mit diesen coolen Perlen machen könnt! Ihr findet Perlen wie diese in allen möglichen Formen, Farben und Größen in eurem Bastelladen vor Ort! Also, dann legen wir mal los! Hm, mal sehen! Wir brauchen einen Faden! Wo habe ich ihn nur hingelegt? Ah, da ist er ja! Schneidet jetzt ein Stück Schnur oder Faden ab! Ich habe hier einen Faden verwendet, wie diesen! Bindet nun einen schönen festen Knoten am unteren Ende des Fadens! Das verhindert, dass die Perlen runterfallen! Du kannst die Perlen aufziehen, wie du möchtest! Laila macht ihre Armbänder immer nach einem bestimmten Farbschema! Shani hält sich gerne an Muster! Und ich verwende gerne die Farben, die mir spontan ins Auge fallen! Wenn du weitere Perlen hinzufügst, überprüfe den Knoten an deiner Schnur, um sicherzustellen, dass er noch hält! Das war's! Perfekt! Und denk dran, wenn du ein Freundschaftsarmband machst, ist es wichtig, dass du es ganz persönlich gestaltest! Das Armband soll dich an deine Freunde und die Momente erinnern, die ihr gemeinsam erlebt habt! Ups! Ich suche sie schnell! Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht! Wie finde ich die Perle am besten? Vielleicht hilft ja ein kleiner Perspektivwechsel bei der Suche! Und klein! Sie kann ja nicht weit sein! Autsch! Was war das? Oh, wo kommt die denn her? Oh, ich weiß es! Wir waren letztes Jahr auf der Klassenfahrt an diesem schönen Strand! Guckt mal, diese besonders schönen Muscheln kommen in meine Sammlung! Ich habe so viele gefunden! Ja! Ich liebe besonders diese gedrehten und glänzenden! Was ist mit dir, Polly? Welche findest du am schönsten? Diese hier! Und das war der Beginn meiner schönen Muschelsammlung! Ich habe eine Idee! Ich kreiere mit dieser Muschel einfach ein neues Freundschaftsarmband! Ich mache gern aus besonderen Gegenständen Armbänder, die erinnern mich an schöne Momente mit Lila und Charly! Mit so einem Knopf hat Lila zum Beispiel eins meiner Kleider repariert! Und das ist eine Mutter aus einem Wissenschaftsprojekt, die mir Charly irgendwann mal geschenkt hat! Ich kann es gar nicht glauben! Ich dachte, dass ich diesen Edelstein vor Jahren verloren hätte! Der war ein gemeinsames Geschenk von Lila und Charly zu meinem Geburtstag! Das war so ein toller Tag! Oh! Oh nein! Das war so eine schöne Erinnerung! Moment mal! Es ist immer noch eine schöne Erinnerung! Und ich kann vielleicht noch was Tolles daraus machen! Dieses Stück Leder ist perfekt für die Unterseite des Armbands! Jetzt klebe ich die Splitterstücke des Edelsteins darauf! Seht doch, wie schön sie glänzen! Jetzt geben wir dem Ganzen den letzten Schliff! Zuerst die Mutter! Jetzt die Muschel und den Knopf! Und das war's! Das ist ein ganz persönliches Freundschaftsarmband! Seht ihr? Es gibt so viele Möglichkeiten, ein schönes Freundschaftsarmband zu basteln! Wenn etwas von tiefstem Herzen kommt, dann ist es am Ende immer wunderschön! Es macht immer Spaß, kreativ zu sein und Dinge wieder zu recyceln! So wie mein Edelstein-Freundschaftsarmband! Es spiegelt meine Freundschaft mit Charly und Lila perfekt wieder! Und ich finde, dass das Armband jetzt sogar noch wertvoller ist als der ursprüngliche Edelstein vorher! Mir hat es viel Spaß gemacht! Okay! Ich verabschiede mich für heute und denkt immer daran, klein, ganz groß! Bis dann! Hey ihr Lieben! Polly hier! Willkommen zurück zu meinem Vlog! Also, Lila hat heute endlich ihr Sommerpraktikum in einer Fashion-Boutique im Einkaufszentrum angefangen! Und sie war super aufgeregt! Zum Glück waren Charly und ich da, um ihr zu helfen! Lila arbeitet doch schon wirklich hart! Wie konnte sie noch dieses Sommerpraktikum finden? Einer Freundin ihrer Mom gehört die Fashion-Boutique! Und als sie Lailas letzte Kreation gesehen hat, hat sie sie einfach eingeladen! Wow! Wie großartig! Sie muss sich so freuen! Oh mein Gott! Mein erster Tag und ich komme schon zu spät! Deine Schicht fängt doch erst in einer Stunde an! Du hast noch ewig Zeit! Nicht, wenn man seine Haare und sein Outfit aufeinander abstimmen muss! Entspann dich! Komm, wir helfen dir dabei! Danke, Leute! Das passt einfach nicht zusammen! Also für mich sieht es gut aus! Ach, ich weiß nicht! Ich bin so nervös! Wie soll ich Leuten helfen, wenn ich mir nicht mal selber ein Outfit zusammenstellen kann? Lila, du bist eine brillante Stylistin! Vertrau einfach deinem Instinkt! Ich glaube, da kommt gerade ein Kunde rein! Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Ich habe eine Idee! Und klein! Nimm uns einfach mit! Wir verstecken uns in deinen Taschen und wenn du einen Ratschlag brauchst, helfen wir dir! Leute, habt ihr gehört? Die Schichtleiterin hat mich gebeten, diese Schuhe im Regal zu ordnen! Irgendwelche Vorschläge? Okay, das ist einfach! Ordnen wir sie einfach in einer logischen, alphabetischen Reihenfolge an! Genau wie Bibliotheksbücher! Die blauen zuerst, denn B kommt vor G für gelb! Wie wäre es mit einem praktischeren Ansatz? Die Sommerschuhe auf eine Seite und die Winterschuhe auf die andere! Aber Sneakers sind weder Sommer- noch Winterschuhe! Siehst du, mein System ergibt mehr Sinn! Aber das hier ist keine Bibliothek, Shani! Lila, ich wusste nicht, dass du hier arbeitest, Lila! Oh, hi, Mrs. Pocket! Ich mache hier mein Sommerpraktikum! Ich versuche nur etwas Neues mit der Auslage! Kann ich Ihnen vielleicht helfen? In der Tat, ja! Ich möchte einen Hut kaufen! Ich zeige Ihnen die Hutkollektion! Also, ich bin mir mit der Farbe nicht wirklich sicher! Die Farbe? Kein Problem, ich suche etwas anderes! Ähm, Shani, ich habe doch gesagt, die Farbe passt nicht! Wie wäre es mit dem? Versuchen wir doch den hier! Äh, vielleicht etwas zu groß? Ich habe doch gesagt, dass er nicht passt! Aber der Stil passt zu ihr! Genau! Das ist es! Das ist es! Wie wäre es mit dem? Ihr bleibt hier! Entschuldigung, aber können Sie mir noch genauer sagen, wonach Sie suchen? Ich suche nach einem Vintage-Look! Na, mal sehen. Wie wäre es mit diesem? Ich liebe ihn. Vielen Dank. Gern geschehen. Ist alles okay? Sorry fürs Durcheinanderbringen, Leila. Ja, und sorry fürs Streiten. Nein, schon okay. Ihr wolltet ja nur helfen. Aber du hattest recht, Polly. Ich muss meinem Instinkt vertrauen. Leute, wie findet ihr das hier? Eine farbliche Anordnung nach den Farben des Regenbogens. Wow, wirklich gut gemacht, Leila. Ein richtiger Eyecatcher. Vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt es nur gut gemeint. Ihr seid die allerbesten Freunde. Leila hat sich an ihrem ersten Tag so gut geschlagen, weil sie ihrem Instinkt vertraut hat und mit Selbstbewusstsein gearbeitet hat. Okay, das war's für heute. Und denkt daran, klein, ganz, groß. Hi, alle zusammen. Wie geht's euch? Schon eine Weile her seit meinem letzten Vlog. Also habe ich gedacht, ich bringe zwei besondere Gäste mit, um das zu einem besonderen Anlass zu machen. Hallo, ich bin Leila. Hi, ich bin Shani. Ich habe heute mein Zimmer aufgeräumt und habe dabei ein paar Fotos von früher gefunden. Die haben so viele Erinnerungen zurückgebracht. Oh, wow. Das ist so süß. Ich wusste nicht, dass du dieses Foto hast. Erinnert ihr euch noch daran, als wir uns damals für Geburtstagspartys verkleidet haben? Ja, seht mal. Leila hat schon damals die allerbesten Outfits zusammengestellt. Guck mal, die Schnitzeljagden, die Shani immer organisiert hat. Ja, Shani, du hast uns die allerbesten Hinweise hinterlassen. Und du warst immer so unfassbar gut im Versteckspielen, weißt du noch, Shani? Du hast immer die besten Verstecke gefunden. Das hat so viel Spaß gemacht. Die Welt wirkte damals noch so unfassbar groß. Das stimmt. Und wir konnten uns überall verstecken. Heute wäre es nicht mehr dasselbe. Wieso spielen wir jetzt nicht nochmal Verstecken? Aber dieses Mal sind wir dabei winzig. Alles wäre riesig. Und wir hätten mehr Plätze, um uns zu verstecken. Genau wie damals, als wir klein waren. Kommt schon, Mädels. Lasst uns Verstecken spielen. Ja, bitte. Was für eine tolle Idee. Und klein. 98, 99, 100. Eins, zwei, drei. Ich komme. Mal sehen. Hier nicht. Hier nicht. Und hier auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wo Laila ist. Aha! Tada! Hab dich! Alles klar. Das war wohl einfach zu einfach. Weißt du, wo Shani ist? Ich brauche deine Hilfe, um sie zu finden. Tja, nicht hier. Ah. Hm. Nope. Hier auch nicht. Hm. Shani, bist du das? Nein. Ich glaube, Shani ist immer noch die Beste im Verstecken. Wir haben schon fast überall gesucht. Wo kann sie nur sein? Halte durch, Laila. Ich komme. Keine Angst. Mir geht's gut. Guck mal. Finaler Hinweis. Um die Lösung zu finden, muss man manchmal wieder zurück an den Anfang. Ich erinnere mich. Shani hat am Anfang ihrer Schnitzeljagden immer irgendwelche Hinweise hinterlassen. Und wir haben sie erst ganz am Ende gefunden. Warte nur ab, Shani. Ich werde dich schon finden. Hm. 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 Ha! Jetzt habe ich dich. Gut gemacht, Polly. Seht ihr? Verstecken ist immer noch genauso wie damals, als wir klein waren. Du bist immer noch die Beste, Shani. Also, was für Spiele habt ihr gespielt, als ihr kleiner wart? Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Das sieht aus wie Peaches Halsband. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, sie zu finden. Und klein. Brauchst du Hilfe mit Peaches Halsband? Gehen wir doch noch in das Tiergeschäft, bevor die Mall schließt, Polly. Vielleicht haben die Peaches gesehen. Tja, hier ist nichts. Peaches, wo bist du bloß? Gehen wir doch noch in das Tiergeschäft, Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir müssen jetzt gehen, Polly. Oh. Es gibt doch noch viele Orte, an denen wir noch nicht gesucht haben, oder? Nein. Wir haben jetzt an all Ihren Lieblingsplätzen in Liddleton gesucht. Und es wird langsam spät. Sollen wir zurück zu dir nach Hause gehen? Vielleicht ist sie da. Und falls sie da nicht ist, können wir deine Schritte von Anfang an nachvollziehen, so wie bei meinem Ring. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Hey, nicht aufgeben. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Lass uns über Nacht ein paar Poster basteln, dann können wir sie morgen in der Stadt verteilen. Das ist eine tolle Idee. Ihr seid einfach die Besten. Danke. Moment mal. Was? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade ein Bellen gehört. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Das war definitiv Hundebellen. Ich habe es auch gehört. Ich habe sie gefunden. Meine kleine Peaches. Und klein. Holly. Wie konnte das denn passieren? Aber natürlich. Peaches hat mir geholfen, Packs für seinen Mittagsschlaf müde zu machen. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich muss sie aus Versehen mitgeschrumpft haben. Holly? Bist du das? Schnell. Verwandle dich zurück, bevor dein Dad dich sieht. Und groß. Das Essen ist gleich Peaches. Kommst du, Polly? Hier hätte jemand große Lust, dein Essen zu essen. Wirklich? Wer könnte das wohl sein? Glockenlap aus.